Es gibt unzählige Pflegeprodukte auf dem Markt, aber welche Produkte braucht man eigentlich wirklich? Bei den ganzen Pflegeprodukten, die es auf dem Markt gibt, stellt man sich dann schon manchmal die Frage, braucht man das eigentlich? Aber wir Menschen sind natürlich komplett unterschiedlich. Der eine hat zum Beispiel eine Glatze, der andere hat kurze Haare, der andere hat zum Beispiel trockene Haut, der andere hat wieder ölige Haut, ich zum Beispiel habe lange Haare und ein Bart und deshalb sind die Bedürfnisse natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Unabhängig von der Marke, stelle ich euch heute jetzt einfach mal sechs Pflegeprodukte aus diesem ganzen Dschungel an Pflegeprodukten vor, die ich fast täglich nutze. Das erste Produkt, was ich jeden Morgen nutze, ist eine Gesichtscreme. Und ja Leute, ihr habt richtig gehört, jeden Morgen. Wir alle werden älter, du und ich. Und wenn man älter wird, dann kriegt man hier und da vielleicht auch die ein oder andere Falte und um meine Haut optimal zu schützen und den Falten entgegenzuwirken, nutze ich tatsächlich jeden Morgen eine passende Gesichtscreme. Ich creme dann vor allem die Regionen ein, die besonders faltenanfällig sind, wie zum Beispiel die Partie unter der Haut oder auch die Partie an der Schläfe, als auch meine Stirn. Und wenn du dann zum Beispiel auch so eine kühlende Gesichtscreme nutzt, wie ich jetzt hier zum Beispiel, dann gibt dir das auch so ein richtig freshes Gefühl für den Start in den neuen Tag. Was mir ebenfalls noch ein richtig gutes Gefühl gibt, und zwar jeden Morgen aufs Neue, ist ein passendes Parfüm. Vielleicht kennst du das, du bist gerade mit deiner Pflegeroutine durch am Morgen und dann kommt noch dein Lieblingsparfüm drauf und dann fühlst du dich so richtig gut. Du kannst aus dem Haus gehen und hast das Gefühl, dir gehört die Welt. Mit breiter Brust startest du dann in den neuen Tag. Das gleiche geht natürlich auch fürs Date. Wenn du dich fürs Date fertig machst, dann muss auf jeden Fall noch ein Spritzer von deinem Lieblingsparfüm drauf, damit du dich so richtig wohlfühlst. Und die gegenteilige Situation gibt es natürlich auch. Du gehst morgens aus dem Haus raus und dann wird dir bewusst, Shit, ich habe vergessen, mein Parfüm aufzutragen. Und dann geht dieses gute Gefühl direkt mal ein, zwei Stufen nach unten hin. Glücklicherweise habe ich aber eine gute Auswahl an verschiedenen Parfüms. Und das Parfüm, was ich hier gerade in der Hand halte, als auch alle weiteren Produkte, die ich hier in diesem Video benutze, wurden mir vom heutigen Sponsor zur Verfügung gestellt, von Flaconi. Flaconi ist durch seine riesige Auswahl an Markenparfüms bekannt geworden, aber mittlerweile hat Flaconi auch viele Pflegeprodukte und das nicht nur für Frauen, sondern auch für uns Männer. Also wenn du gerade auf der Suche bist nach Pflegeprodukten oder nach einem passenden Parfüm für dich oder deinen Liebsten, dann schau auf jeden Fall mal bei Flaconi vorbei, denn es gibt jetzt auch eine richtig geile Rabattaktion. Du bekommst keine 10%, keine 20%, keine 25%, sondern satte 30% Rabatt auf deine Flaconi-Bestellung für ausgewählte Produkte. Und da diese Rabattaktion natürlich ein megamäßiger Deal ist, gilt diese Rabattaktion auch nur wenige Tage. Deshalb klick auf jeden Fall auf den Link unten in der Infobox, da ist auch der Gutscheincode und teile das Video natürlich auch gerne mit deinen Freunden, damit diese möglicherweise auch noch von dieser richtig geilen Rabattaktion profitieren können. Gerade für mich als Mann mit langen Haaren ist mir meine Haarpflegeroutine natürlich besonders wichtig. Deshalb nutze ich auch keine 2-in-1-Produkte, die dir suggerieren, dass sie Shampoo und Conditioner und bestenfalls auch noch Duschgel und Haarkur und Haaröl in einem sind. Leute, das funktioniert einfach nicht. Wenn ich meine Haare mit Produkten wasche, oftmals wasche ich nämlich meine Haare auch ohne Produkte, also nur mit Wasser, aber wenn ich meine Haare mit Produkt wasche, dann nutze ich ein gutes Shampoo und auch einen passenden Conditioner dazu. Ein Shampoo reinigt nämlich die Haare und deine Kopfhaut und der Conditioner umschließt dann anschließend wieder deine Haare nach der Haarwäsche. Genauer betrachtet ist das nämlich so. Das Shampoo öffnet die Schuppenschicht deiner Haare und reinigt deine Haare von Dreck- oder Haarstylingproduktrückständen und trägt auch zum Beispiel Hautschüppchen von deiner Kopfhaut ab. Und genau in diesem Zustand sind deine Haare in einem sehr empfindlichen Zustand. Und genau da kommt ein Conditioner ins Spiel. Der Conditioner umschließt nämlich dann wieder die Schuppenschicht deiner Haare, macht deine Haare dementsprechend auch wieder schön weich und schützt deine Haare dann für den Tag. Um meinen Haaren dann noch an das i-Tüpfelchen an Geschmeidigkeit und Weichheit zu verleihen, ist ein Haaröl ein fester Bestandteil meiner Haarpflegeroutine. Das Haaröl versorgt deine Haare noch mit bestimmten Inhaltsstoffen, stärkt deine Haare und macht deine Haare einfach nochmal besonders weich. Und bei dem Haaröl einfach ein, zwei Tropfen auf die Hand geben, schön in deine Handflächen verteilen und dann in deine Haarspitzen einmassieren und einarbeiten. Und ganz wichtig an dieser Stelle, das Haaröl nicht wieder ausspülen, sondern einfach in deine Haare drin lassen, denn das Haaröl muss schön in deine Haare einwirken und einziehen. Also ein passendes Haaröl stärkt deine Haare, es macht deine Haare schön geschmeidig, schön weich, dann kannst du deine Haare viel besser kämmen und es riecht auch noch gut. Also definitiv einfach mal ausprobieren. Eine ölige Pflege bekommt nicht nur meine Haare auf dem Kopf, sondern auch die Haare in meinem Gesicht. Und zwar meine Barthaare. Die Barthaare sind von der Struktur her natürlich komplett anders als die Kopfhaare. Die sind viel borstiger und viel härter. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass ich jeden Morgen tatsächlich auch ein vernünftiges Badöl verwende. Die Pflege dazu funktioniert ähnlich wie beim Haaröl. Einfach ein, zwei Tropfen auf deine Hände geben, dann das Badöl in deinen Händen verteilen und dann das Badöl schön in deinen Bart einmassieren. Und das machst du am besten dann, wenn du gerade frisch aus der Dusche kommst, denn dann sind deine Barthaare noch schön weich und deine Haut und deine Poren sind noch geöffnet und dann geht das wesentlich einfacher und besser. Also ein gutes Badöl ist wirklich fester Bestandteil meiner Morgenroutine und das kann ich auch nur jedem Bartträger ans Herz legen. Jeden Morgen werden natürlich auch bei mir, wie wahrscheinlich auch bei dir, die Haare gestylt. Und deshalb ist ein passendes Haarstylingprodukt ebenfalls enorm wichtig. Aber man muss natürlich genau achten, was man für ein Haarstylingprodukt auswählt. Denn der eine hat zum Beispiel wellige Haare, der andere hat zum Beispiel lockige Haare, der andere hat glatte Haare. Dann gibt es Leute, die dicke Haare haben, andere Leute haben zum Beispiel dünne Haare und deshalb ist es wirklich wichtig, dass man das richtige Haarstylingprodukt für seine Haarstruktur und für seinen Haartyp auswählt. Und wie eben schon erwähnt, hat Flaconi ein richtig gutes Sortiment, auch was das Thema Haarstylingprodukte angeht. Also schau einfach mal bei Flaconi auf der Seite vorbei und ich bin mir sicher, dass du auch ein passendes Haarstylingprodukt für deine Haarstruktur und für deinen Haartyp findest. Also wenn du dann deine passenden Produkte gefunden hast, dann vergiss definitiv nicht den Gutscheincode von Flaconi und denk dran, die Rabattaktion geht nur wenige Tage. Also einfach mal schnell hier unten hinklicken, das Produktsortiment auschecken und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Auswahl eurer Männerpflegeprodukte für eure Routine.